Devolo – Erfassung niederspannungsseitiger Netzzustandsgrößen in Echtzeit Deutschland hat die Energiewende eingeleitet. Bis zum Jahr 2022 sollen alle deutschen Kernkraftwerke abgeschaltet werden und die Einspeisung von erneuerbaren Energien ins Stromnetz deutlich zunehmen. Intelligente Stromnetze, sogenannte Smart Grids, sind daher notwendig, um die Auslastung zu erfassen und zu managen. Wir erforschen gemeinsam mit unseren Partnern, wie in bestehenden Netzen durch Echtzeitanalyse unkalkulierbare Schwankungen abgefangen werden können. Dazu wird an relevanten Punkten im Netz mit Netzanalysatoren gemessen und die Daten mittels Powerline-Kommunikation zum Netzbetreiber gesendet. Die Vorteile erstens durch die Echtzeitanalyse und die Echtzeitkommunikation kann auf unkalkulierbare Schwankungen reagiert werden und dadurch der Netzausbau zielgerichtet erfolgen. Zweitens durch diesen zielgerichteten Ausbau können die Kosten erheblich reduziert werden. Im Rahmen der Bundesforschungsinitiative Zukunftsfähige Stromnetze wird zusammen mit den Partnern Stadtwerke Krefeld Netze, Janitzer Electronics sowie der Hochschule Düsseldorf und der Universität Duisburg-Essen die Auslastung des Niederspannungsstromnetzes in Wachterdonk erfasst. Das Ergebnis wird ein vollständiges System sein, das Informationen zu den Zuständen des Netzes liefert. Nominiert in der Kategorie Energie – DEVOLO UNTERTITELUNG 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 UNTERTITELUNG